Lümbelhoff Cam hier heute Braunschweig HPI-Lauf 2019. Ein Schwenk durchs Fahrerlager. Gucken wir doch mal hier. Wir sitzen hier gerade gemütlich neben der Strecke. Es werden die letzten Trainings Akkus hier noch gefahren. Circa halbe Stunde. Dann geht es los mit den Vorläufen. Und dann wollen wir mal gucken, wo die Reise heute hingeht. Hier das Geburtstagskind. Also kleinen online Geburtstags-Glückwunsch an den Christian Diekmann, der heute wieder einen zarten Tag älter geworden ist Das ging immer gestern. Der Rest schraubt noch fleißig und wir melden uns gleich bei den Finalen.